Musik Sondereinsatz der Feuerwehren am Donnerstagabend in Holtriem. Mehr als 250 Blauröcker aus der Samtgemeinde, dem Landkreis Wittmund, benachbarten Kreisen sowie Abordnungen aus ganz Ostfriesland waren gekommen, um den Holtriemer Kameraden ihre Solidarität zu zeigen. Feuerwehr ist eine Riesengemeinschaft. Wir stehen immer zusammen und wir halten auch zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig. Und somit war es kein Problem für die Kameraden, dass sie heute hier erschienen sind. Doch der Aufwand hat am Ende nichts genützt. Der von den Wehren geforderte Feuerwehrbedarfsplan setzte sich in der Samtgemeinderatssitzung nicht durch. Im überfüllten Ratssaal wurde beschlossen, das Feuerwehrentwicklungskonzept weiterzuführen und in den kommenden Jahren in Blumberg, Ochtersum und Schweindorf neue Feuerwehrhäuser zu bauen. Eine zunächst geplante Fusion der Feuerwehren Ochtersum und Schweindorf gibt es erst einmal nicht. Die Ochtersumer haben nun fünf Jahre Zeit, ihren Personalstand zu erhöhen, ehe die Situation neu bewertet wird. Mit dem Beschluss sind wir natürlich nicht so hundertprozentig zufrieden, weil wir eben halt so viel und so lange unter Druck gesetzt werden, neue Mitglieder zu werden. Es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, von Haus zu Hause zu gehen, Klinken zu putzen und Mitglieder zu werden. Dass es jetzt doch so kommt, haben wir schon fast mit gerechnet, nachdem am Dienstag das Rotum schon mal so ausgefallen war in der Ausschusssitzung. Und ich finde nach wie vor, dass wir auch ungerecht behandelt werden, weil wir eben halt die kleinste Ortschaft sind mit nur 59 Einwohnern und anteilmäßig doch den höchsten aktiven Anteil in der Bevölkerung. Wir sind mit 29 Mitgliedern drei Mitglieder über der Mindestmitgliederstärke von 26 und daher finde ich, dass der Ochtersumer Feuerwehr gegenüber ungerecht und es ist auch etwas, was die Motivation der Kameradinnen und Kameraden ja nicht gerade förderlich ist. Im Gegenteil. Wir wären dafür gewesen, dass ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt wird, weil dieser von neutraler Seite erstellt wird und vor allen Dingen von Leuten, die nichts anderes machen. Dass die vergangenen Wochen nicht nur Spuren bei den Feuerwehrleuten hinterlassen haben, sondern auch bei den Politikern wurde in der Ratssitzung deutlich. So keimte mit dem Beschluss, in Ochtersum eine Kinderfeuerwehr zu gründen, doch noch ein kleiner Funke Hoffnung auf. Ja, also wir sehen es schon so, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren, die gerade die Ortsfeuerwehr Ochtersum sehr unter Druck steht, Mitglieder zu werben. Was uns besonders freut ist, dass heute beschlossen worden ist, dass wir eine Kinderfeuerwehr bekommen. Es ist die erste Kinderfeuerwehr in der Samtgemeinde Oldriem. Da sind wir sehr froh und stolz drüber. Dass jetzt auch gerade in Ochtersum gegründet wird, die Feuerwehr, um der es gerade geht, ist natürlich sehr toll. Die Jugendarbeit ist auch sehr gut dort. Die Infrastruktur gibt es leider nicht her, dass so viele Familien dort leben, beziehungsweise Firmen dort ansässig sind. Somit wird es immer schwierig bleiben, für Ochtersum Mitglieder zu werben. Aber auch diese Aufgabe, Mitglieder zu werben, machen wir freiwillig, nochmal zusätzlich. Es ist eigentlich nicht eine Aufgabe der Kommunen.